Ja, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. So, ich hab das... äh, so. Genau. Und zwar spielen wir heute wieder Hardcore und ich hab grad einen Samen gefunden. Wow. Oh, na toll. Jetzt fängt's an zu pissen. Perfekte Anmoderation, ne, Leute? Hier mit meinem Hundi hier. Hallo. Ja, auf jeden Fall... Gut, das ist noch nicht mein Hund. Ich hab noch keine Knochen gefunden. Aber da ist das Wetter doch gerade perfekt. Wir schauen gut mal eben nach unserer Ernte. Gut, es ist noch nichts gewachsen. Wie sollte es auch? Ich hab vor, keine Ahnung, fünf Minuten die Aufnahme beendet. Ich war eigentlich nur einmal auf Klo. Und ja, ich würd einfach mal sagen, ich kann nichts dafür, dass es hier so dunkel ist, weil... Wir können was ändern, und zwar wenn wir das nicht so machen, sondern was kann man denn noch hier braten? Okay, keine Ahnung, wie hier was... Aber ich glaube jetzt, wo es so dunkel ist und so, können auch Skelette und so... Boah, ich dachte gerade, du wärst ein Skelett. Leute, ich hab mich voll erschrocken gerade. Okay, ich glaube, wenn ich das so mache... Ähm... Und dann hier so reingehe. Sorry, wenn es so dunkel ist, Leute. Jo. Plan müsste aufgehen. Okay, so können wir nämlich Holzkohle machen. Und dann aus dieser Holzkohle muss ich nur noch... Ah, jetzt ist es auch heller, ne, Leute? Wieso hab ich eigentlich Erd? Ich hab gar nichts abgebaut an Erdruck. Ja gut, Kinderdemenz kommt auf jeden Fall schon wieder... Ja, draußen pisst es auf jeden Fall. Kann ich schlafen? Nein, kann ich nicht. Okay, auf jeden Fall hab ich Holzkohle. Da brauch ich nur so ein Stöckchen. Und dann kann ich, denke ich mal, packlos machen. Perfekt, ich hab aus Versehen auf... auf dieses... Ding. Okay, aber ich kann leider nur noch eine einzige Fackel machen. Also, beziehungsweise vier Fackeln. Okay, den Rest davon, den packe ich da rein. Und ich würde sagen... Ist wirklich scheiß Wetter. Ich sollte aber vielleicht mal, weil es hier so dunkel ist, dort und dort noch was... hin tun. Nein, dort... soll ganz bestimmt... Okay, auf jeden Fall baue ich mich jetzt herunter. Und... Ja. Da können... ich kann ja mal eben schnell nachschauen. Was wollte ich machen? Was wollte ich machen? Okay, so. So, da könnt ihr das nämlich auch sehen. Und zwar wollte ich... Besser die Mandenhöhe im Minecraft wird mir sogar schon vorgeschlagen. Okay, ist jetzt minus 60, denn da sind die Chancen am größten knapp über den Bedrockstein. Allerdings ist das gefährlich, dadurch Update 1.18 Lava nun auch auf Höhe minus 54 Spawn kann. Aha. Ihr müsst also aufpassen, dass sich beim Fahren auf Höhe 60 nicht die Lava erwischt. Das ist ganz klar. Und eindeutig. So, dann... Dann müsste ich mal eben wieder machen, dass ihr wieder Minecraft seht. Falls das geklappt hat, dass ihr gerade mein Firefox-Teil-Dings gesehen habt. Oder wie auch immer. Ähm, ja. Ich stehe hier einfach mal von nach unten. Okay, also Leute, wir müssen auch ein Chancen nur auf Höhe 60. Hier und ich bin ja gerade auf Höhe 48. Das bedeutet, dass wir noch das das nicht mehr machen müssen. Das werden wir wohl wahrscheinlich den Theater-Programm schaffen. Aber Leute, das ist mir nicht ganz so schön mit euch reden. Weil, so, keine Ahnung, weil die Schwarz-Profe die euch so befördern uns immer irgendein Scheiß zu rauen. Ich dachte, ich hätte da einen Schuss gefunden. So, die Leute müssen wieder die Aufzählung gestürt und das ist ja wohl nicht nur. Aber das liegt jetzt wohl nicht noch jetzt an und ich sollte das vielleicht... Oh Gott, ey. Sollen wir in diesem Projekt einfach zusammengelegen, weil die möglicherweise... Das wäre ja ein... Ja. Ein bisschen sehr langweilig, würde ich denken. Oh, wie wäre es, wenn wir einfach so viele Level sammeln, wie möglich? Also, ja. Okay, es ist Nacht. Da sind ein Monster und so. Deshalb pennen wir jetzt. Dann wird es wahrscheinlich am nächsten Tag wieder nicht regnen. Also, schönes Wetter sein. Perfekt. Da ist ein Creeper. Da ist auch ein Zombie. Da ist auch ein Zombie. Okay, Monster Hunter, so, Zombie. Hallo. Okay, perfekt. Das ist aber nicht so schlimm. Weil wir machen das einfach so, Leute. so, ich habe doch gerade irgendwo ein Skelett gehört, oder? Oder war es das etwa nicht? Hm, keine Ahnung. Hier war auf jeden Fall ein Skelett. Hey, wir haben ein Knochen. Aber ich glaube nicht, dass das für den einen Hund dann da reicht. Oder so. Da war auf jeden Fall ein Hund. Okay, ähm, was wollten wir nochmal machen? Sieht ein bisschen komisch aus, oder? Okay, wir brauchen das hier. Und... Ähm, ja, genau. Wir wollten noch, ähm... Bäume brauchen wir noch ein paar. Also, für Holzkohle. Weil Holzkohle ist das Einzige, womit wir... Also, keine Ahnung, mit richtiger Kohle. Ähm, das natürlich machen. Aber das wäre auf jeden Fall nicht so knorke. Ähm, und ich würde mal wieder was essen. Wir brauchen auch gut... Oh, scheiße. Wir hätten noch einen goldenen Apfel. Aber ich würde jetzt erstmal auf verrottetes Fleisch gehen. Und ich würde mir... Okay, ich würde mir am liebsten einen Steinschwert machen. So dumm es auch klingen mag, oder sowas. Ich würde es wirklich am liebsten machen. Ähm... Weil das einfach am besten ist, Leute. Weil das wirklich... Hä, wo ist denn dieser fucking... Hä? Hä? Ich höre doch die... Nee, also hier sind die drin nicht. Komisch. Ich hätte schwören können, die wären da dran gewesen. Naja, ist ja auch nicht ganz so schlimm. Ich würde trotzdem hier diesen komischen... Das hier nochmal abbauen, weil das steht hier einfach so wenn rum und man weiß nicht, wofür es gut ist. Oder so, keine Ahnung. Und ich würde das... Ich denke andauernd da oben ist eine Fledermaus. Aber das ist keine fucking Fledermaus. Okay, dann haben wir hier jetzt auch wieder sowas und dann können wir uns auch wieder Sticks... Sticks... Nee, nicht Sticks. Facklos machen. Und... Ja. Da hinten ist auf jeden Fall Zuckerrohr. Oder auch. Mhm. Aber ich würde gerne mal wissen, ob hier in der Nähe ein Dorf ist, weil das ist eigentlich genau das richtige Wien für ein Dorf. Theoretisch müsste hier eigentlich auch ein Dorf sein. Na ja... Egal. Ich habe vergessen, was ich machen wollte. Okay, ähm... Ich wollte mir noch ein paar... Steinspittus... Machen. So, verrottetes Fleisch ist jetzt für erst... Erstmal unser Essen. Auch wenn es dumm klingt, die da oben, die will ich auf jeden Fall nicht töten. Weil ich die eigentlich... Huch. Ja, ich will die eigentlich... Ähm... Will ich die füttern? Ähm... Ja, genau. Okay, hier... Okay, so können wir natürlich auch an Essen kommen. Einfach hier so... Ich will euch doch nichts Böses. Ich will euch doch nichts Böses. Ihr kleinen... Fischis. Okay. Wir haben auf jeden Fall sechs Fische. Ist nicht viel, aber... Ist wenigstens etwas, muss ich sagen. Das braten wir einmal rein. Und dann haben wir Tinten... Säcke oder Ink, Ink... Wie auch immer. Aber ich höre hier doch die ganze Zeit irgendwelche... Monster. Wieso ist da drin eine Kuh? Okay, das ist auf jeden Fall sehr gefährlich, was ich hier mache, weil es ist hier fucking dunkel. Oh! Die sind wohl in Portem. Ach, hier waren wir! Ja, geil! Dann haben wir eine kleine... Geheimhöhle, oder... Sowas gefunden. Aber... Das erklärt immer noch nicht, wo die ganzen Monstergeräusche herkommen, ne, Leute? Okay, hier... Nein. Hä? Okay, hier ist eine Riesenschlucht. Leute, vielleicht ist es auch einfach... Leute, guck mal, was ich da unten gefunden habe. Eine Dripstone-Höhle. Dort ist auch ein riesen... Riesiger Ding. Wenn der runterfällt, egal? Instant tot. Auf jeden Fall müssen wir hier auf jeden Fall uns den Weg runterbauen, den wir auch immer wieder hoch können und so. Weil da unten werden wir erstens sehr, sehr viele Dias finden. Und ja. Sorry, aber ich brauch Essen. Ja, weil das hier halt noch nicht gewachsen ist, ne, Leute? Das Ding ist... Wir... Warte mal, warte, 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 warte. Ähm, das wollte ich machen. Und zwar... Ne, nicht das, sondern das wollte ich machen. Genau. Weil... Wenn wir hier ein Loch reinmachen mit so einer Falte oben drüber und dann ein Ei rein, vielleicht kommt... Schade. War es aber ein Versuch wert. Okay, ich würde sagen... Keine Ahnung. Ja, steck mal das einfach nochmal da rein. Okay, das klang jetzt etwas sehr falsch. Oh, wir haben auf jeden Fall Fische jetzt zum Fressen. Ja, ich würde einfach mal sagen... Gute Nacht, Leute. Okay, guten Morgen, Leute. Ähm, ich würde einfach mal sagen... Das war's doch schon mit dieser Folge. Vielleicht ist es eine etwas kürzere Folge. I don't know. Ähm, aber ich würde einfach mal sagen... Ciao mit V. Ciao. Ich würde mich für heute sagen...